Einmal als ich fünf Jahre alt war, war ich im Supermarkt, als ich plötzlich eine laute Stimme hinter mir hörte. Eine böse aussehende Frau schrie meine Schwester Nancy an, weil sie die letzte Toilettenpapierrolle mitgenommen hatte. Oh nein, ich wusste, was jetzt kommen würde. Schreien Sie sie nicht an, Sie Hexe! Sie wird in Ohnmacht fallen. Ich konnte Nancy gerade noch auffangen, bevor sie auf den Boden fiel. Die Frau sah schockiert aus und jemand rief einen Krankenwagen. Alle sahen mich an, als ob ich verrückt wäre, aber Nancy öffnete bald die Augen. Ich half ihr beim Aufstehen und als wir gehen wollten, trat ich der Frau auf den Fuß. Hey, mein Name ist Mira und ich wurde 15 Jahre nach meiner Schwester Nancy geboren. Und seit ich mich erinnern kann, hat Nancy dieses verrückte Problem namens Kataplexie. Immer wenn sie richtig wütend oder gestresst ist, wird sie ohnmächtig. Einmal hat mich ein Rüpel im Park von der Schaukel gestoßen und als Nancy nach vorne trat, um sie anzuschreien, wurde sie einfach nur ohnmächtig. Ich konnte nicht aufhören zu lachen, als das Mädchen schrie, bis ihre Eltern zur Hilfe kamen. Meine Mutter arbeitete als Dienstmädchen und wir waren arm, aber wir waren glücklich zusammen. Ich stand Nancy besonders nah, denn sie hielt mir den Rücken frei und ich ihr. Kurz nachdem ich in die 8. Klasse kam, kam Nancy eines Tages mit einer tollen Nachricht nach Hause. Sie war als Lehrerin an einer privaten Highschool eingestellt worden und ich konnte sie kostenlos besuchen. An meinem ersten Tag war ich dort überwältigt. Alles war so schick. Als die Glocke zur Pause läutete, kreischte ein Mädchen namens Lexi. Oh mein Gott, lass uns rausgehen, meine Eltern müssen mir ein Geburtstagsgeschenk hier geben. Und sie ging und schubste mich auf dem Weg nach draußen zur Seite. Ich folgte ihnen aus Neugier und mir fiel die Kehlenlade runter, als ich einen rosa Sportwagen vorfahren sah und ihre Eltern raussprang. Aber plötzlich rastete Lexi aus. Boah, willst du mich veräppeln, Daddy? Ein Mercedes? Mein Name ist Lexi und ich wollte einen Lexus mit einem Nummernschild, auf dem Lexi steht. Seid ihr Schwachköpfe? Ihr ruiniert mein Leben. Oh Mann! Und dann fing sie an, an den Haaren ihres Vaters zu ziehen. Und er fing an zu weinen und sich zu entschuldigen. Meine Güte, von welchem Planeten kamen diese Leute? Nun, jetzt war ich auch auf dem Planeten der Idioten, denn Lexi war der Präsident. Eines Tages testete der Lehrer im Unterricht unsere mathematischen Fähigkeiten und fragte, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl beim Würfeln zu würfeln. Lexis Hand schoss sofort in die Höhe. Ich weiß es nicht, aber sie ist auf jeden Fall höher als die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals einen Freund findest, Loser. Als das Gesicht der Lehrerin rot wurde, fühlte ich mich schrecklich. Hey, das ist wirklich unhöflich. Hat dir niemand Manieren beigebracht? Die Klasse verstummte und Lexi starrte mich an, als hätte ich ihre Katze umgebracht. Oh, denkst du, ich merke nicht, wie arm du bist? Jemand wie du sollte sich nicht mit jemandem wie mir anlegen. Das war unendlich oft dumm. Danach machte sie es sich zur Lebensaufgabe, mich unglücklich zu machen. Ich fand stinkenden Thunfisch in meinem Spind, Orangensaft auf meinen Heften und meine Tasche in der Toilette. Oh, und obwohl ich mich in der Schule gut anstellte und die Lehrer mich liebten, traute sich niemand etwas zu Lexi zu sagen, denn ihre Eltern waren große Geldgeber. Aber dann ist sie zu weit gegangen. Eines Tages, als ich zum Mittag aß, kam Lexi rüber, kletterte auf den Tisch und schmiss meinen Teller weg. Küss meine Schuhe, Loser, und ich nehme dich in meine Gang auf. Wir könnten einen Streber gebrauchen, der unsere Hausaufgaben macht. Ich hatte genug. Ich stand auf, um ihr in den Hintern zu treten, als plötzlich Nancy hereinkam und sie zu Boden zog. Was glaubst du, was du da tust? Bleib weg von meiner Schwester. Schwester? Wow, ich sehe Ähnlichkeiten. Ihr seht beide aus, als hättet ihr euch ein paar obdachlose Klamotten geholt. Nancy sah wütend aus. Und das Nächste, was ich wusste, war, dass sie mit ihrem Essenstablett auf Lexi eingeschlagen hatte. Lexi flippte aus und stürmte direkt zum Direktor. Diese Lehrerin hat mich angegriffen. Sie hat mir mein limitiertes Gucci-Kleid ruiniert. Ich werde sie bei der Polizei anzeigen. Sie hat ein Gesundheitsproblem, du Psycho. Sie hat es nicht mit Absicht getan. Ich will, dass sie gefeuert wird. Obwohl die Direktorin Mitleid hatte, sagte sie, sie müsste Nancy entlassen. Aber da ich eine gute Schülerin war, durfte ich mit meinem Stipendium bleiben. Ich war so wütend, dass ich beschloss, trotzdem zu gehen. Aber Nancy wollte es nicht hören. Du hast die Chance auf ein so tolles College-Stipendium. Wenn du hier studierst, Mira, es tut mir leid, dass ich alles noch schlimmer gemacht hatte, aber du musst gehen. Als Nancy ihren Job verlor, wusste ich, dass das Geld wieder knapp werden würde. Und ich wollte nicht, dass sie und Mom sich Sorgen machten. Also fand ich einen Job als Nachhilfelehrerin und begann ein paar super verwöhnten Gören-Matte zu unterrichten. Eines Abends, als ich ihr Haus verließ, übergab mir ihre hochnäsige Mutter eine Tüte mit Müll und ein großes Gemälde. Jemand hat mir dieses potthässliche Gemälde geschenkt. Sei so lieb und wirf es beim Rausgehen weg. Gott, warum waren reiche Leute so schrecklich? Sie hat nicht einmal Bitte gesagt. Ich schmiss das Zeug in den Müll, aber dann drehte ich mich um und hob das Bild auf. Es würde Nancy bestimmt gefallen. Aber ich hatte nicht mit der Reaktion gerechnet, als ich sie sah. Diese Künstlerin ist wirklich berühmt und es sieht aus wie ein Original. Sie hat dich gebeten, es wegzuwerfen? Am nächsten Tag brachten wir es zu einer Kunstgalerie und der Besitzer bestätigte, dass es ein Original war. Er riet uns, es bei der kommenden Auktion zu verkaufen, was wir auch taten. Als die Zahl höher und höher wurde, fiel Nancy in Ohnmacht, schließlich wurde es an den Höchstbietenden verkauft. Für Verfluchte 2 Millionen Dollar. Was? Wir standen eine Minute lang völlig unter Schock und dann fingen wir an, uns zu umarmen und vor Freude zu tanzen. Wir waren reich, aus dem Müll eines reichen Idioten. Und einfach so änderte sich unser Leben. Wir zogen sofort in eine bessere Wohnung und beschlossen uns ein wenig zu verwöhnen. Wir drei gingen auf Shoppingtour, ließen uns im Spa behandeln und verschönern, gingen schick essen und wir hatten einen riesen Spaß. Und als ich nach dem Wochenende in die Schule kam, spürte ich sofort, dass alle Augen auf mich gerichtet waren, als ich meine Sachen in den Spind einräumte. Ich schloss die Tür und fand Lexi dahinter stehen, wie ein Fiesling. Und dann sah ich, wir hatten genau das gleiche Outfit an. Oh, du musst deine Sachen ausziehen. Was? Nein, wie kannst du dir das überhaupt leisten? Niemand darf die gleichen Klamotten in der Schule tragen wie ich. Jetzt nimm einfach deine Sportsachen und zieh dich um. Lexi, du kannst deine Freunde, Eltern und Lehrer schikanieren, um deinen Willen durchzusetzen. Aber bei mir wird es nicht passieren. Niemals. Um die Sache noch besser zu machen, hat jemand ein Bild von uns gepostet und eine Instagram-Umfrage gestartet. Wer hat es besser getragen? Und die Mehrheit hat für mich gestimmt. Als Lexi das sah, schnappte sie sich die Handys all ihrer Freunde und schmetterte sie ein nach dem anderen gegen die Wand. Und schon war ein Krieg zwischen uns entbrannt. Ich hatte schon bessere Noten und jetzt hatte ich genauso viele Freunde und Jungs um mich herum. Einmal bei einem großen Fußballspiel war Lexi damit beschäftigt, mit allen Sportlern zu flirten. Aber in dem Moment, als ich mich auf die Tribüne setzte, kam die ganze Mannschaft auf mich zugerannt. Ich werde heute für dich spielen, Mira. Verpass deine Moves nicht, Baby. Das war seltsam, aber es schien Lexi wütend zu machen. Also habe ich ihnen allen einen Kuss zugeworfen und gesagt, dass ich sie anfeuern werde. Und als sie gewonnen hatten, trugen sie mich buchstäblich auf ihren Schultern zur Feier. Aber der letzte Streuen war, als die Wahlen zum Schülerrat ausstanden. Normalerweise machte sich niemand die Mühe, gegen Lexi als Präsidentin zu kandidieren. Aber ich entschied mich zu kandidieren. Und ich habe sogar gewonnen. Ich habe gesiegt. Wow. Lexi fing an zu schreien. Das ist nicht möglich. Ich wäre eine Nachzählung. Ich rieche ein falsches Spiel. Lexi, es ist an der Zeit, dass du verstehst, dass die Leute dich vielleicht fürchten, aber sie wählen lieber jemanden, den sie wirklich mögen. Und das bist nicht du. Ich habe fair und anständig gewonnen. Also finde dich damit ab. Nun, sie hat sich damit abgefunden, und zwar auf eine Art und Weise, die ich nicht kommen sah. Ich hatte monatelang mit meiner Lehrerin an der Mathearbeit für einen Universitätswettbewerb gearbeitet. Wenn ich das gewinne, könnte ich nach der Highschool ein Vollstipendium bekommen. Als meine Lehrerin mich eines Abends anrief, um mir mitzuteilen, dass ich den ersten Preis gewonnen hatte, bin ich am Esstisch vom Stuhl gefallen. Mama und Nancy waren so stolz auf mich. Aber als ich zum Büro des Rektors ging, um den Dekan der Universität zu treffen, war ich schockiert, Lexi dort zu finden. Was machst du denn hier, Lexi? Was tust du hier, Mira? Ich bin hier, um über den Preis und das Stipendium zu sprechen, das ich gewonnen habe. Ich schaute alle schockiert an, und dann bin ich ausgerastet. Oh mein Gott, du meinst das Stipendium, das du gerade mit dem Geld von Mami und Papi gekauft hast? Denn du bist ganz sicher nicht schlau genug, um sowas zu gewinnen. Lexi knurrte mich an und griff mich an, wobei sie mich direkt auf das Pult des Schulleiters stieß. Ich schnappte mir einen Tintenfass und schleuderte es ihr in die Augen. Als der Schulleiter schrie und Lexis Eltern versuchten sie zu stoppen, trat sie einfach nach ihnen. Als die Erwachsenen es endlich schafften, uns auseinanderzuziehen, war die Direktorin wütend. Jetzt reicht's. Es ist mir egal, wie viel sie spenden, Sir. Noch so ein Vorfall, Lexi wird von der Schule verwiesen. Und damit hat sie uns alle rausgeschmissen. Als ich gerade wütend davonstürmen wollte, warnte ich mich an Lexis Eltern. Ihr habt einen Monster großgezogen. Seht ihr nicht, dass sie vor nichts und niemandem Respekt hat? Nicht einmal vor euch? Ihr könnt ihr alles kaufen, was sie will, aber sie wird euch nie lieben oder euch dafür danken. Die nächsten Tage tat ich so, als gäbe es Lexi gar nicht. Und dann kam sie eine Woche lang nicht zur Schule. Niemand war glücklicher als ich. Aber eines Abends fuhr Nancy und ich durch die Nachbarschaft, als wir an ihrem Haus vorbeikamen, und es schien stockdunkel zu sein. Hatte sie die Stadt verlassen? Hm, ich bat Nancy kurz anzuhalten und ging auf das Haus zu, um durch ein Fenster zu schauen. Ich fand Lexi mit ihren Eltern auf dem Boden sitzend und mit Kerzen essend. Es gab keine Möbel. Was war hier los? Ich kann nicht einmal sehen, was für ein Müll ich hier esse. Wie kann das sein, dass wir keinen Strom haben, hä? Das ist es, was es bedeutet, pleite zu sein, Lexi. Wir können diese Dinge nicht bezahlen. Ich hasse dich, Dad. Ich kann so nicht leben. Ich wünschte, ich wäre nie mit einem Verlierer wie dir geboren worden. Es ist nicht meine Schuld, dass der Markt zusammengebrochen ist. Willst du, dass ich dich zur Adoption freigebe? Du bist schrecklich. Ich schlich mich von dem Haus weg und fühlte mich super seltsam. War Lexi jetzt arm? Am nächsten Tag in der Schule sah ich, dass Lexi zurück war und sie wurde von den anderen Mädchen aus der Klasse in die Enge getrieben. Stimmt es, Lexi? In der Zeitung steht, dass dein Vater total pleite ist. Bist du jetzt zu arm, um dir Shampoo zu leisten? Deine Haare sehen aus, als wären sie seit einer Woche nicht gewaschen worden. Oh, ekelhaft. Ich wollte gerade weggehen, aber an Lexis tränenverschmierten Gesicht ließ ich mich innehalten und drängte mich an ihnen vorbei. Könnt ihr bitte einmal aufhören, euch wie Idioten aufzuführen? Man muss niemanden schlagen, wenn er schon am Boden liegt. Mit diesen Worten nahm ich Lexis Hand und führte sie von den anderen weg. Sie wischte sich die Tränen weg und starrte mich schockiert an. Warum hast du das getan? Warum hast du mir geholfen? Du hast es sicher nicht verdient, aber das war das Richtige. Ich glaube nicht, dass jemand, der so herzlos wie du ist, das wirklich verstehen kann. Das war das letzte Mal, dass ich mit Lexi gesprochen habe. Ihr Spind wurde bald darauf ausgeräumt und sie und ihre Eltern verließen die Stadt für immer. Aber schon am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf vom Dekan der Universität, der mir das Stipendium erneut anbot. Nein, danke, Sir. Ich habe jeden Respekt von Ihnen und der Universität verloren, denn sie kann jeder kaufen, wenn er genug Geld hat. Und zwei Jahre später schließe ich die Highschool mit Auszeichnung ab und gehe an meine Traumuniversität.